Das Bad. Eine faszinierende Welt, die Keuco sich Stück für Stück erschlossen hat. Alles begann in den 50er Jahren mit der Fertigung hochwertiger Accessoireserien. Die Serie Elegance wurde über 40 Millionen Mal verkauft und ist heute noch im Programm. Damit ist sie die erfolgreichste Accessoireserie der Welt. Bad ist für mich neben der Küche der wichtigste Raum des Hauses geworden. Worauf ich ganz besonders stolz bin, das liegt hier auf dem Tisch. Das ist Alea. Das ist eine Sache, die jetzt schon 15, 16 Jahre alt ist und nach wie vor produziert wird. Das Design hat bei Gollke eigentlich von Anfang an eine Rolle gespielt, nachdem man gesehen hat, wenn man nur die normalen Accessoires macht, die EDA macht, das funktioniert nicht. Da ist viel Bewegung in dem Unternehmen und es gibt auch viel Spielraum für Design. Man versucht, neue Ansätze, neue Denkweisen zu finden. Es gibt auch keine andere Möglichkeit mehr, wenn man am Markt bestehen will, wenn man überhaupt wachsen will. Dann muss man neue Wege gehen. Das ist generell ein Punkt, dass wir immer wieder bereit sind, einen Schritt nach vorne zu gehen und auch mal Neuland zu betreten und neue Technologien anzugehen. Weil nur so entwickelt sich das Unternehmen weiter. Es ist wirklich so, dass es keinen Grund gibt, Dinge nochmal zu machen, nur um sie nochmal zu machen. Wenn man sie nochmal macht, dann macht man sie besser. Entscheidend ist es ja nicht, dass es uns besonders gut gefällt oder der Firma, sondern dass es der Nutzer mag. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Unternehmen gibt in der Branche, das so viele Materialien verarbeitet wie Keuco. Also ob Holz, ob Aluminium, ob Zinkdruckguss, ob Messing, ob ABS, ob Glas, ob Pressglas, ob mundgeblasenes Glas. Dieses Know-how in diesen verschiedenen Materialien erlaubt es uns auch, Produkte zu gestalten, die halt Unix sind am Markt. Wir produzieren ja an drei Standorten. Wir produzieren in HEMA die Armaturen und die Accessoires. Wir produzieren in Bünde die Badmöbel und die Colorboards. Und wir produzieren in Gütersloh unsere Spiegelschränke. Was ich noch faszinierender finde, dass Keuco auf einmal in Lateinamerika ist, eine Tochtergesellschaft in Bogota gründet. 1995 haben wir ein sehr modernes Warenverteilzentrum gebaut. Und was damals gebaut wurde, war ein Meilenstein in der Logistik, auch in der Logistik in der Branche. Wir wollen auch den entsprechenden Gegenwert liefern an Qualität, an Funktion, an Langlebigkeit, an Ersatzteilversorgung, an Service. Also entscheidend dabei ist ja, wie lange nutze ich ein Produkt? Wir haben Kunden, die haben einen Spiegelschrank, der 25 Jahre alt ist und die bestellen bei uns Ersatzteile und sie bekommen sie. Wir haben hier in der Nachbarschaft ein Restaurant, da sind die Armaturen und die Accessoires drin, die 30 Jahre alt sind. Und das ist Bronze, das ist eine sehr komplizierte Oberfläche. Und die können sich hier angucken, der kann sich nicht davon trennen, weil er sagt, die sind ja noch so toll. Also da hat es sich zumindest gelohnt. Ich habe mit 14 Jahren schon in Fähren hier gearbeitet und ich kannte ja die Produkte, ich musste die ja selbst teilweise produzieren. Es waren eben nur Accessoires, allerdings hat man damals auch schon angefangen, die ersten Spiegelschränke zu machen. Aber dass Keukow mal im Grunde genommen alles, was um den Waschtisch herum ist, macht. Dass Keukow in der Dusche Kompetenz hat, die Armaturen fürs Badezimmer macht, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und das hätte sich auch die Gründer des Unternehmens nie vorstellen können. Das ist ein Anspruch, der mich treibt, dass wir Dinge machen, die so erfolgreich sind, dass wir es nicht nötig haben, sie eher am Rücken unserer Mitarbeiter auszutragen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Keukow weiter wächst und gedeiht. Dass wir auch in der Lage sind, mal hier noch ein paar Sportvereinen zu helfen. Dass das Unternehmen privat bleibt, in privater Hand. Klar, das geht nur, wenn wir begeisterungsfähige Produkte machen, die von den Kunden auch langfristig geliebt werden. Ich wünsche dir die Möglichkeit, dass er sich eine